Hallo meine lieben kleinen Minecraft-Würfel, ich bin hier euer Kumpel, der liebe GamingWolf. Wir sind zurück bei meinem Minecraft. More Animals Modpack in der Java-Version. Und ich hatte hier ja so eine Insel geblieben und die Insel wollte ich mir mal angucken. Im Abgesehen von der Insel habe ich mir auch gedacht, die Insel durchstöbern ist sehr schick, aber es gibt ja noch so... Und ich wollte mal gucken, wie man sich diesen netten Kram hier einfach mal craftet. Okay, ich brauche einen verstärkten Redstone-Block. Um etwas zu verstärken, braucht man den Blöcke verstärken. Diesen komischen Stab. Okay, Redstone-Block sollte ich eventuell hinkriegen. Ich habe ja jede Menge Redstone, aber was brauchen wir jetzt? Okay, wir brauchen diesen hier. Dafür brauchen wir zwei Diamanten. Weiß ich nicht, ob ich ihn noch habe. Ich brauche Glas. Ich brauche wieder Redstone, ich brauche Sticks. Alles kein großes Problem. Bei den Dias bin ich mir unsicher, aber ich glaube, ich müsste noch welche haben. So, wie macht man den? Oh, da bauen wir nochmal Redstone-Block. Dann brauchen wir Cobblestone und Glasscheiben, ganz normale. Okay. Auch das sollte nicht das große Problem für mich sein, herzustellen. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Monitor. Aha, Eisenengels und eine Glasscheibe. Okay, okay, okay. Das Ding ist relativ einfach. Gut, wir müssen jetzt auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht zu Hause. Aber, ich meine, wir können ja, das, was ich am dringendsten brauche, ist, glaube ich, jetzt Sand. Sand und wir können ja mal auf der Insel da vorbeigucken. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Sand oder andere interessante Sachen. Und meine Brewnote, Katerli, hat schon wieder seine 5 Minuten. Ich bin bescheuert, aber das macht nichts. Das werden wir auch überleben. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört. Mir kommt es hier ziemlich laut vor, weil er ganz schön Theater macht. Ja. So. Als erstes würde ich sagen, wir gehen sogar tatsächlich mal da hinten an Land, wo wir jetzt Sand haben. Ah, Mist. Ich merke gerade, Sand ist ja was Schickes. Äh, was war das? Okay, ich habe keine Ahnung, was das für komische Geräusche sind. Sand ist ja was Schickes, das Blöde ist nur, ich habe keine Schaufel. Damit würde das natürlich noch schneller gehen, aber wir kriegen das auch so hin. So. Wir nehmen mal so viel Sand mit, wie es geht, weil ich glaube, wir brauchen doch ein paar Blöckchen mehr davon. Ähm. Ähm. Und, ja, wir haben ja immer noch unsere, äh, Rückkehrerkarte. Die können wir ja nutzen, um zurückzukommen und dann wieder bei dieser, äh, Bohrinsel zu landen. Nicht Bohrinsel, äh, Fischerinsel. Also, von daher sollte das alles nicht so schwierig sein. So. Ja, ich weiß, ich mache das hier jetzt gerade alles ein bisschen unschön kaputt. Macht aber nichts. Muss sein. Und überschwemmt werden wollte ich jetzt auch nicht. So. Ich will auf jeden Fall so viel Sand wie möglich mitnehmen. Wie viel Sand habe ich jetzt eigentlich schon? 30. Ah, damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. 30 ist noch, ist noch ein Ticken zu wenig. Äh. Aber ich bin schon der Meinung, dass ich Minimum ein Stack brauche. Äh. So, wir nehmen das hier auch noch mal alles mit. Dann, wartet mal, damit ich mir das ein bisschen einfacher mache, damit ich das schneller sehe. Äh, meinen Schlafsack brauche ich jetzt derzeit gerade nicht. Also packen wir die rein. Oh, eine Quale. Wo habe ich die denn aufgesammelt? Achso, die schrauben gerade eben im Wasser wahrscheinlich, ne? So. Ähm. So, 45 haben wir jetzt schon zusammen. Aber jetzt wird es auch langsam hier ein bisschen Mau mit in den Sand. Da ist noch ein bisschen Sand. Oh, da ist auch noch ein bisschen Sand. Äh. Weiß ich nicht, darf ich den Sand hier wegnehmen, oder? So, ich glaube, jetzt soll ich hier aber mal ein bisschen fruchtiger sein, weil... Äh. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Erde ab. Weil ich... Uah! Hilfe! Hilfe! Ich werde weggespült. Oh, ey. So. Ich habe mich hier jetzt gerade ein bisschen verschätzt. Ich dachte, da wäre Land und kein Wasser. Aber stattdessen geht Land unter. Land unter Wasser. So, egal. Wir... Ruddeln uns jetzt hier mal hoch. So. Zack, 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 zack. Und... Ich nehme mal lieber meine Schwerte in der Hand. Ich weiß nicht, was hier für Tiere auf mich lauern. Und wir suchen wieder bei der Nacht dann. Alter, wenn das jetzt nicht zu hören war, da ist für meine Trottel von der Katze gerade in irgendeine Tüte reingerauscht. Okay. Hier haben wir noch mal Sand. Äh. Den Sand wollen wir noch abbauen. Zack, 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 zack. Von hier aus bauen wir uns auf gleichem Weg nach oben. So. Ganz easy peasy. Hä? Wie? Oh, ey. So. Ich brauche Sand und keine Erde. Das heißt, Erde wird weggeschmissen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die Dinger nicht mehr aufnehmen. Aber das erklärt natürlich einiges. Ups, ein bisschen vorsichtiger sein nicht, denn mir der Sand hier noch auf dem Kopf fehlt. So. Wir tragen hier jetzt so viel wie möglich ab. Hab ich ja gesagt. Aber den sollten wir eigentlich auch genug an Glas herstellen können, um alles zu produzieren, was wir brauchen. Ich glaube, die anderen Sachen, wie schon gesagt, die habe ich so noch. Auch diesen Verstärkerstab sollte ich herstellen können. Ach, wie denn, hätte ich mir die Treppe gar nicht brauchen brauchen. Komm auf so. So. Ja, auf jeden Fall ist das hier schon mal eine interessante Insel. Wir sind hier in den Tropics. Aber was gibt es hier so in den Tropics? Oh. Melonis. Die Melonis nehme ich mir mal ein paar mit. Aua. Melonenschaden nie. Äh. Ich kann gar keine Melonen mehr aufnehmen. Was kann ich hier wegtun? Was brauche ich denn? Koppelstupp... Was soll ich mir so mal ein Knopf? Kann ich locker selber herstellen. So. Ich bin schon wieder so eine kleine... Kleine Inventarmissi habe ich gemerkt. Oh. Vielleicht nochmal Melone. Mann. Da wollte ich aber gut Melone mit herstellen können. Äh. Was ist das eigentlich? Okay. Das ist eine Palme. Ist ja auch normal für die. Warte mal, wie viel habe ich denn schon? Gut. Äh. Gibt es denn noch irgendwas, was ich nicht brauche? Äh. Diese komischen Brummis. Ich weiß nicht, wie viel die gut sind. So. Gut. Na ne. Noch mehr Melonis brauche ich jetzt nicht mitnehmen, glaube ich. Und was ist das eigentlich? Bambus. Brauche ich Bambus? Ich weiß gar nicht, ob ich Bambus für irgendwas brauche. Aber ich nehme Bambustotte mal mit. So. Was kann ich denn dafür noch wegtun? Ja. Diese hässlichen Viecher. So. Jetzt habe ich das blöde Viech wieder aufgelaufen. Ich wollte Bambus haben. Ich will nämlich zu Hause dann auch eine Bambusplantage aufstellen. Gibt es hier noch irgendwas? Außer Melonen, Bambus, interessante Sachen. Boah. Nehme ich mal noch mehr Bambus mit. Huh. Hui. Guck hier da. Eine Waystone. Cool. Den müssen wir erstmal aktivieren. Bambam. Bambam. Er ist an. So. Dann gehen wir da mal rein. Oh. Tropics. 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 Komisch geschrieben. So. Ich. 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 Ich will jetzt einmal nach Hause. So. Und zwar. Hallo Leute. Ja. Ich. 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 Oh. raktiker. Oh. Ich. Oh. Oh. iß. toldage. Ah, ich. Zack, zack, zack. Oh, irgendwo hier ein bisschen viel. Ich wurde eigentlich nur frei davon. So, und dann ist mein Inventar immer noch zu voll. Äh, pöp. So, die bleiben erstmal da drauf liegen. Und, äh, warte mal. Äh, da, 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 da. Hä, wo sind sie denn da? Da, ich bin so wie der Sonne Tüdeli. Tüdeli, Tüdelu, Tudela, heute. Das ist echt nicht mehr zu fassen. Zack, nein. Ich wollte doch gar nicht da rein. Nudi, so. Sneaky, sneaky. Ach, da geht nicht. Äh, wo, 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 wo sitze ich denn die Nächsten hin? Äh. Äh, äh. Da in die Ecke? Boah, finde ich jetzt nicht besonders hübsch. Überlege ich mir noch was für. So. Denn, nehmen wir hier die Hälfte raus. Zack. Ballern da schon mal die ersten rein. Tick. So. Denn, nehmen wir hier die Nächsten rein. Ich weiß zwar nicht, ob ich mit 21 Kugel da hinkomme. So. Dann sammeln wir das hier mal kurz wieder ein. Ähm, gehen hier auch mal wieder ran. Zack, zack. So. Denn, für irgendwas brauchte ich auch noch Bruchsteigen. Äh, warte mal. So. Äh, wir gehen jetzt noch mal hier rauf. Äh, dann Kamera. Als erstes will ich mir jetzt mal angucken, wie mache ich diesen Stab auch mal. So, ich brauche dafür den. Achso, dafür brauche ich schon. Also, ich brauche auf jeden Fall zweimal Redstone-Block. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit der Redstone-Bearbeitung an. Dann, so, da haben wir, zack, hier Redstone, da Redstone. Ähm, so. Denn, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Da haben wir zwei Redstone-Blöcke. Dann, wartet mal. Was ist hier? Au, du bist fertig. Äh, ja, lasse ich erstmal drin. So, hier haben wir schon mal sechs davon. Ich nehme mal welche raus. Äh, stelle fest, dass ich wieder überfüllt bin. Und, was mache ich denn da? Ich packe erstmal das da weg. Zack, so. Und, ne, die Kiste ist voll. Äh, ist... So, essen, essen, essen. Ich packe hier jetzt erstmal die Milon rüber. Zack, zack. Den Fisch packe ich rüber. Äh, äh, Karotten kann ich dabei behalten. Ähm, so. Und, den Fisch packe ich auch wieder. So, dann kann ich nämlich, das da schon mal wieder aufsammeln. Gucken, ist hier noch Platz drin? Nein. Ist da noch Platz drin? Ja, aber das sind Fische. So, ich, ich, ich packe das jetzt erstmal hier ein. Ich muss mit demnächst hier echt mal einen kleinen Plan aufstellen. Ähm. So, dann packen wir das erstmal wieder weg. Das erstmal wieder weg. Die packen wir hier rein. Äh, so. Die packen wir dann auch erstmal hier rein. Die brauche ich unterwegs nicht immer unbedingt. Das sollte erstmal reichen. So. Dann. Zack. Zack. So. Haben wir 16 von den Dinger hier. So. Dann. Nee, wartet. Wir brauchen. Zack. Nee. Zack, zack, zack. So. Raus damit. Dann das, 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 das. Bäm. Und. Was war das jetzt? Ach ja. Zack. Nee. Zack. So. Dann haben wir den hier. So. Der kommt hier hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, zum Glück können wir hier so liegen lassen. Wir brauchen die hier noch. Dann war das. Zack, zack. Da ein Stick. Was war das denn noch, was ich brauche? Wir gucken, wir gucken nochmal. Nee. Nee, da wollte ich hin. Ach so, dafür bräuchte ich das dann. So. Ein Glasblock. Und da zweimal Redstone. Ah, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das Redstone weggepackt. Nicht durchkopf. Ich brauche doch noch, wenn es tun. So. Dann. Zack, zack. So. Und einen haben wir ja davon noch. Bäm. So. Und wie machen wir jetzt das? Wie, 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 wie verwendet man das jetzt? So. Ich nehme mir den Block. Pack den hier hin. Nimm jetzt das Ding in die Hand. Und. Ach so. Okay. Äh. War mein Fehler. Entschuldigung. Nee, warte mal. Das geht schneller. Oh. So. Und dann gehen wir auf den hier. Packen das hier rein. Äh. Und jetzt. Huh. Warte. Verstärkt der Redstone-Block. So geht das. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier drauf. Wir brauchen. Wir brauchen wieder. Wir brauchen Eisen. Okay. Ähm. Warte mal. So. Jetzt brauche ich aber keine Dias mehr. Das heißt, Dias packen wir schon mal zurück. Das da. Ich behalte es doch erstmal. Ich bin mir gerade unsicher. So. Das packen wir hier auch noch rein. Ich brauche echt mehr Platz. So. Ähm. Der Block kann auch wieder mal weg. So. Ist jetzt alles ein bisschen tödelnut. So. Äh. Zack. Da haben wir auf jeden Fall das. So. Dann haben wir hier Eisen. Sollte auch reichen. Hier haben wir noch mehr von denen. Zack. So. Jetzt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ging. Ähm. 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 So. Wir brauchen Zack 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 Eisen. Zack 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 Eisen. Bip. Bip. Okay. Äh. Wir brauchen. Zack 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 Eisen. Zack 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 Eisen. Wir brauchen hier den. Da den. Und wir brauchen noch eine Stick. Äh? Ist das nicht richtig? Verstärktes Glas. Oh. Wie macht man verstärktes Glas? Äh. Hä? Verstärktes Glas. Äh. Äh. Ofen. Hä? Hä? Verstärkter Sand? Wie kriege ich denn verstärkten Sand? Warte, warte, warte. Wir müssen hier alles nochmal rausnehmen. Ähm. Das ist mir jetzt gerade zu kütelig. Äh. Warte, 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 warte. Äh. Wie kriegen wir das hin? Äh. 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 Verstärkter Sand. Seltsamer Sand und dann eine Mine. Nee. Das ist aber gar nicht das, was ich wollte. Hä? Nochmal. Zack. Da, den wollte ich. Sand. Verstärkter Sand. Ach, warte mal, das ist kein normaler White Sand, ne? Ja, shit. Okay, 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 Leute. Da, 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 das kriegen wir. Wieso ist Nacht? Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Wo kriege ich hier Sand her? Da ist ein Zombie. Da ist keine Sand. Da hinten ist Sand. Wir brauchen hier nochmal Sand. Ja, ja, Zombie-Nev nicht. Oh, ey. Was wollt ihr eigentlich? Zack. 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 Könnt ihr die auch mal verbrennen, Alter? Sag mal, wie viel Widerstandskraft habt ihr denn? Das kann ja wohl nicht angehen, Alter. So. Halt die Klappe. Bam. So, ich habe wichtigeres zu tun, Leute. Also mit euch zu spielen. Ich brauche Sand. Ich brauche normalen, einfachen Sand. Das sieht aus wie Sand. So. Ich habe Sand. Jetzt aber nichts wie ab nach Hause. Und hopp. Home sweet home. Sicher alone. Hahaha. Bye bye. So, wir gehen die mal wieder rein. Da draußen läuft mich alles zu viel. So, dann brauchen wir den hier. Zack. Machen wir so. Und wir haben Sand. Zack. Und zack. Jetzt haben wir verstärkten Sand. Verstärkten Sand. Tun wir hier rein. Und was kriegen wir da raus? Verstecktes Glas. Cool. So, das ist das, was wir brauchen. Denn das ganze Spiel nochmal von vorne. Wir machen das Glas hier rein. Wir machen den hier rein. Dann brauchen wir hier Eisen. Da Eisen. Oh. Ne, da nicht Eisen. Da Stick. Und wir haben unsere Kamera. So. Jetzt hier nochmal gucken. Was bist du eigentlich? Verstärkte Glasscheibe. Okay, Leute. Wir haben jetzt zumindest schon mal unsere Kamera. Ich werde jetzt ein bisschen Sand holen gehen. Und dann so ein bisschen farmern, dass wir so ein bisschen verstärkte Sandblöcke kriegen. Damit wir dann auch eine verstärkte Glasscheibe machen können. Ne? Also. Gut. Ich hoffe, euch hat es heute aber wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne positive Bewertung da. Schreibt liebe Kommentare. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr unterstützen. Aktiviert auch die Glocke, dann verpackt ihr nichts mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also. Au. Bye, bye. Und einen guten Start in die Woche, Leute.